Hallo liebe Fußballfreunde, TSV Hauptstadt, Hauptstadt, das ist eine zahnte Mannschaft, ich finde diese Hauptstadt, das soll erstmal Regionalliga Bayern erstmal bleiben, Hauptstadt, Hauptstadt, finde ich, das ist ein zahntere Verein, ich kenne diesen Verein nicht, aber vermute man das auch gute Jugendarbeit machen, vermute man das ein guter Verein ist, das weiß ich nicht, TSV Hauptstadt, ich finde, dass es eine sehr interessante Mannschaft ist, das Angrich auch verdient hat, mit auf die Gründe zu tun ist, aber glaube ich eher weniger, ich glaube, dieser Verein ist schön, dass es eine Liga ist, aber es gibt auch welche Mannschaft es, das gut gekämpft hat und Kampf und Wille hat, das wünschen mich, dass es auch aufsteigen werden kann, das interessant ist, es ist ein interessantes Club, ich kenne diesen Club nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, welches Land, welches Land, welches Land weiß ich, welche Stadt, welches Dorf, keine Ahnung, vermute man das Dorf ist, und das kann gerne auch Kommentare reinschreiben, ich kenne diesen Club nicht aus, aber ich rede nur meine Meinung, vermute ich mal, dass das gute Verein ist, von der Regionalliga, Regionalliga, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr reden, dass eigentlich ein guter Verein ist, von der Regionalliga Bayern, dann, dass egal welche Stufen es ist, egal welcher Kapelleplatz sind, es immer gut macht, ich hoffe, dass nächstes Jahr übernächste suchen, dass auch mit Aufstiegsrennen werden das verdient hat. Ich weiß gar nicht, dass ein neues Zugang aus, von der Regionalliga Bayern ist, weiß ich nicht, unteren Clubs kenne ich nicht aus, kenne ich nicht, null, aber das ist meine Meinung, ich weiß nur, dass ein guter Verein ist, von der Regionalliga Bayern, mehr weiß ich auch nicht. Ich kann gerne meinen Kanal abonnieren, lieber TSV Hauptstadt, mein Kanal heißt Fußballfreundi, ich kann gerne mir Glöckekirche anmachen, Daumen nach oben machen, Kommentare, eure Meinung heranschreiben oder welcher Verein euch Fan sind, kann gerne auch in die Kommentare heranschreiben, egal, dass es Fußball sind, Basketball sind, diese Welt von Sport, kann gerne euch da reinschreiben, welcher Verein oder welche Musik zu tun ist, egal von was, kann gerne euch Kommentare reinschreiben, viel Spaß von diesem Video, lieber TSV Hauptstadt, viel Spaß.